Moin, moin liebe Supersuttis, mein Name ist Schluppi und ihr fragt euch bestimmt, wie viel Zeit werde ich mit Assassin's Creed 4 verbringen? Das sag ich euch jetzt. Bei den aktuellen Preisen für Konsolen und PC-Spielen sollten diese Spiele natürlich auch ein bisschen aushalten. Das heißt, nicht sofort zu Ende sein, nach, was weiß ich, 6 Stunden. Jetzt ist bekannt gegeben worden, dass Assassin's Creed 4 Black Flag 15 bis 20 Spielstunden haben wird. Da sind allerdings die Nebenmissionen noch nicht einberechnet. Auch nicht der Multiplayer logischerweise. Game Director Ashraf Ismail hat jetzt auch bestätigt, wenn ihr einmal um die gesamte Spielwelt rumsegeln wollt, dauert das eine halbe Stunde. Während des Spiels könnt ihr natürlich durch das Schnellreisesystem von Insel zu Insel springen. Assassin's Creed 4 Black Flag gibt es ab Ende Oktober für PC, Playstation 3, Xbox 360, Wii U und natürlich auch für die Next Gen Generation, allerdings erst wenn die raus sind. Wenn ihr noch mehr News haben möchtet, dann liked dieses Video, abonniert uns, denn täglich kommen jetzt Feedflash raus. Außerdem diese beiden Videos gingen erst kürzlich online, also guckt einfach mal rein oder auf unseren Kanal durch die aktuelle Playlist.